Ich habe einen runter geholt. Das Kit, was bei euch gewonnen hat in der Abstimmung, ist das Sonic-Kit mit 45% aller Stimmen. Das waren 11.200 von insgesamt abgegebenen fast 25.000 Stimmen. 24.830. Ultrakrass. Und außerdem zur Auswahl gab es noch den Enderman, den Delfin und den Yeti. Aber der Sonic-Kit hat ganz klar gewonnen. Ähm, wo ist der? Hä, da irgendwo war ein Gegner. Ist der da oben drauf gesprungen? Hä? Ist der unsichtbar? Oh. Oh mein Gott, was war das denn? Ich habe überhaupt nicht mehr gecheckt, was da abging. Nein, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Nein, bitte nicht. Er hat ein verdammtes Dierschwert. Hä? Was für eine Range hatte der bitte? Dann vielleicht mal eine kleine... Oh mein Gott, war ich wieder scheiße. 11 Blöcke. Oh, oh, oh. Nee, nee. Shit. Sonic, bitte. Sonic, bitte. Bitte, Sonic, bitte. Bitte, bitte, Sonic. Renn. Sonic, bitte, renn. Nein! Nein. Nein. Oh, ich habe ihn ein paar Mal getroffen. Bevor er mich jetzt getroffen hat. Nein. Ich habe mein Schwert weggeworfen. Ich volle Idiot. Ich habe mich wieder geheilt. Oh, komm, komm schon. Sonic, renn. Der ist ein Känguru. Renn, 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 Sonic. Du brauchst immer so lange, bis du losrennen kannst. Schneller. Jawohl. Der tötet mich aber. Nee, ich habe ihn getötet. Oh mein Gott, GG. Wie schlecht das aber am Ende war. Und am Ende hat mir Sonic gar nichts gebracht, weil ich in so einer blöden Lücke hier mit dem war. Da hat mir das Rennen auch nichts gebracht. Aber das Kit hat mir im Spiel, Hacker, jo. Glaub auch. Wir spielen heute das Kit, Spinne. Und wir sehen die Kisten mal wieder nicht. Dieser Bug, ich liebe ihn. Und wir haben, oh, wir haben sechs Eisen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, nachdem wir jetzt so blöd am Anfang nichts bekommen haben. Die Spinne kann Kisten looten, wie ihr seht. Nein, Spaß. Das kann ich auch so. Die Spinne kann... Boah, heute hau ich mal wieder die richtig dicken Witze raus, wie ihr merkt. Alter, Simon, übertreibs nicht. Hab ich noch TNT hier? Ich baue mich so ein. Okay. Okay. Nein. Ist mein Eisen weg. Nein. Mein ganzes Eisen ist gerade weggegangen. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht. Und? Hab dich erstmal eingeschlossen in die Spinne. Also habe ich die Spinne ganz gut benutzt. Es ist auf jeden Fall schon, wie gesagt, kein schlechtes Kit. Mein Ernst? Ist das hier gerade wirklich passiert? Ist das hier gerade wirklich passiert was? Nein. Da oben ist doch das, wo ich am Anfang war. Ey, warte mal kurz. Wenn da oben nochmal Eisen ist, ne? Ah, ne. Jetzt bist du locker despawned, oder? Oder sogar ziemlich dicke Sachen. So. Shit. Er ist irgendwie befreit. Er ist irgendwie befreit. What the fuck? Is going on hier. Ach, verdammt. Ich habe ja ganz vergessen, dass er auch noch natürlich seine Dings hat. Dann muss ich wohl meine Pfeile rausholen hier. Okay. Harte Gegner. Ist das der letzte? Ist das der letzte Gegner? Oh, er will aber auf jeden Fall frech werden mit seinen Enderperlen. Ja, er will auf jeden Fall frech werden. Das ist schwer, die Spinne jetzt einzusetzen. Wie ihr seht. Okay, er hat ziemlich gute Rüstung. Er hat auf jeden Fall bessere Rüstung als ich. Ja, ist der letzte Gegner. Ich bin stark enough. Er ist da drin. Lol. Er ist tatsächlich im Spinnennetz. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Habe ich das ge... Das habe ich nicht schlecht gemacht. Ja, in die Lava gesprungen. Alter. Oh mein Gott. Das geht Enderman. Das habt ihr alle abgestimmt mit 43%. Also alle, die abgestimmt haben. Und was das Enderman-Kit kann, das zeige ich euch sofort, wenn es losgeht. Oh, er ist ja nur... Oh. Da kommt ein anderer. Mit einem Häuschwert. Alter. Auf einmal kam es zwei. Diabrust. Nein. Bleibt liegen, ey. Die Diabrust ist doch deutlich besser. Da vorne ist der Typ. Okay. Ich habe mich ein bisschen um ihn rumgedreht. Und ein bisschen hin und her geportet. Das war ein bisschen verwirrt, glaube ich. Aber das macht ja nichts, denn... Pam. Alter. Den habe ich aber da runtergeholt. Ich habe ihn runtergeholt. Okay, mein Lieber. Pam. Erstmal in front. Oh, er ist ein Ungeheuer. Ne, doch nicht. Er ist doch kein Ungeheuer. Jetzt rennt er weg. Was er aber nicht bringt. Denn ich bin ein verdammter Enderman. Oh, im Wasser gegen Bogen. Oh. Das ist natürlich keine gute Entscheidung gewesen von Jack Ups. GG. Was war er denn für ein Kid? Ich weiß nicht. Ich habe es irgendwie jetzt nicht richtig wahrgenommen, was für ein Kid er war. Also ein Ungeheuer war er nicht, weil er hat zwar erst in Bogen nur gespielt, aber dann hat er doch sein Schwert rausgeholt. Keine Ahnung. Okay, haut rein, Leute. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.